Es freut mich, dass wir das Thema der Haushalterschaft heute fortsetzen können. Und wir haben den Untertitel Schuld, eine tägliche Entscheidung. Und wir wollen dafür einen Bibeltext lesen aus Römer Kapitel 13, Vers 7 und 8. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Schoß, das heißt Zoll, dem der Zoll gebührt. Zoll, dem der Zoll gebührt. Furcht, dem der Furcht gebührt. Ehre, dem die Ehre gebührt. Seid niemandem nichts schuldig, denn dass ihr euch untereinander liebet. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Wir haben gesehen, dass ein Haushalter gemacht ist, dass er das Gut eines anderen verwaltet. Als Gott den Menschen schuf, hat er nicht für sich gemacht, sondern damit er etwas tut. Da der Mensch ein Geschöpf ist, hat er kein eigenes Gut, das er verwalten kann, so verwaltet er immer das Gut Gottes. Er ist ausgestattet worden, dass er dieses richtig macht und auch Verantwortung ablegen kann dafür. Als Gott den Menschen schuf, hatte er den Zweck, dass er das Leben auf der Erde erhält. Er hatte den Zweck, das einzige Bindeglied zwischen Gott und dieser Erde zu sein. Er sollte alles, was auf dieser Erde sei, haushalten, wirtschaften damit. Er war gefordert, eigenständig zu handeln, alles dran zu setzen, um dieses Ziel, diese Erde, die ihm Gott gegeben hatte, zur Verwaltung, auch zu erfüllen. Aber als der Mensch in Sünde fiel, verlor er diese Aufgabe. Sie wurde und war nicht mehr möglich, weil jetzt denkt der Mensch, es ist sein Gut. Alles gehört ihm und so kann er kein Haushalter mehr sein. Und so bringt uns, wie wir gesehen haben in den letzten Stunden, Christus wieder zurück und macht uns, an jeder, der glaubt, zu einem Haushalter. Aber diese Haushalterschaft kann jetzt und ist jetzt nicht mehr direkt mit der Haushalterschaft zugleich zu setzen, mit der wir ursprünglich gemacht wurden, sondern jetzt sollten wir das Gesetz des Lebens vermitteln. Das heißt, dass die Menschen sehen, dass sie nur Geschöpfe sind und nicht Schöpfer, weil das Gesetz zeigt dem Menschen, wer er ist. Es sollte die Liebe Gottes und die Erlösung in Christus gebracht werden den Menschen. Das ist jetzt unser Zweck und der Grund unserer Existenz. Und es bedarf eigenes Handeln, um den Menschen ihrer Not zu helfen. Dafür wurden wir nicht ohne Mittel gelassen. Die Mittel hat Gott uns zur Verfügung gestellt, damit wir sie nehmen und sie nach dem Gesetz weitergeben. Wir wissen, welches die Mittel sind. Liebe, Gerechtigkeit, die geistigen Mittel, die körperlichen Mittel, die Werkzeuge, die materiellen Mittel, unsere Beziehungen, unsere Kinder, der Appetit, die Sexualität, die Leidenschaft und unser ganzes Leben. Alles ist da, damit es gegeben wird, um diesen Zweck zu erfüllen. Wir leben für diese eine Sache. So wie Jesus sagte in der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 33, wo er sagt, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Das heißt, wenn wir diesen Zweck suchen, dann sind die Mittel, die uns Gott zur Verfügung stellt, auch vorhanden. Wenn wir aber versuchen, die Mittel zu ergattern sozusagen und denken, wir finden unsere Erfüllung in den Mitteln, dann werden wir diesen Zweck nie erfüllen. Und so sind wir durch unseren Irrtum in unserem Herzen in der großen Not, dass wir ein Mittel als Zweck sehen und nicht sehen, dass die Mittel nur da sind, damit sie gegeben werden. Wir wollen heute sprechen über das, was den Menschen am meisten beschäftigt, wenn man so will, das Geld. Das Geld ist im Prinzip ein Mittel, aber es ist auch kein Mittel. Wie soll ich das erklären? Geld hat an sich selbst keinen Wert. Geld ist etwas, was man als Konvention, was man sich geeinigt hat, dass es einen Wert hat. Man hat vielleicht Gold dahinterlegt, um es einem Wert zu geben. Aber das Papier selbst, die Monede selbst, außer dem Metall, aus dem sie gemacht wird, Mehrwert hat sie nicht. Aber Geld ist etwas Grundsätzliches geworden, nämlich etwas, wofür wir alle Mittel sozusagen zusammenbringen. Ob wir Menschen brauchen, die etwas tun sollen, ist es gut, wenn man Geld hat, sie zu bezahlen. Ob man ein Mittel braucht, dann kann man es mit Geld kaufen. Menschen versuchen alles, was es geht, mit Geld zu kaufen. Deshalb wurde auch in der Heiligen Schrift und auch im Sprachgebrauch Geld und Mammon gleichgesetzt. Weil wir nach etwas streben, was irdisch, was vergänglich ist. Aber Geld ist nur etwas, was man braucht, um es zu geben. Und so ist Geld ein Thema geworden für alles, was man so braucht, um es zu verwenden. Deshalb brauchen wir und müssen wir uns bei dem Thema Haushalterschaft auch über Geld unterhalten. Und so fragen wir uns, welches ist der richtige Umgang mit dem Geld? Und was ist entscheidend, wenn es ums Geld geht? Und wir erinnern uns auch hier dem Gesetz. Wir müssen es irgendwo nehmen und irgendwo geben. Wir haben kein Geld. So wie wir keine Zeit haben, haben wir auch kein Geld. Die Mittel, die uns Gott zur Verfügung gestellt hat, egal was es ist, geistig oder materiell, ist nichts, was wir selbst haben. Deshalb nach dem Gesetz ist auch das Geld nichts, etwas, was wir selber haben. Keiner kann sein eigenes Geld drucken oder sein eigenes Geld produzieren. Er muss es per Gesetz irgendwo nehmen, damit es dann irgendwo gibt. Aber das Geld gehört uns doch nicht. Und dennoch, auch hier ist der Mensch in seinem Irrtum und er denkt, dass das Geld sein ist. Nein, Geld ist nur ein Mittel, das man nehmen muss irgendwo und irgendwo weitergeben. Behält man es, hat man nichts davon. Jeder, der das Geld im Strumpf hat oder spart irgendwo und es nie ausgeben kann, da hat man vom Geld nichts. Deshalb muss man es nehmen, um zu geben. Das Gesetz können wir nie aus den Angeln nehmen. Es ist immer da. So, woher nehmen wir das Geld? Wir können es aus eigener Tätigkeit nehmen. Das heißt, wir gehen einem Beruf nach, wo man mit Geld bezahlt wird. Dann nehmen wir das Geld von dort, wo wir es sozusagen erarbeitet haben. Haben wir es mit eigener Kraft erarbeitet? Sicherlich nicht. Haben wir es mit eigener Zeit verarbeitet? Sicherlich nicht. Wir haben es von den Mitteln Gottes, haben wir etwas genommen und gegeben, damit wir zu Geld kommen. Wir können zur Bank gehen und das Geld von dort holen, weil die Bank hat es ja sozusagen, sie steht für Geld. Man kann das Geld als eine Spende bekommen und nehmen. Man kann das Geld borgen von einem anderen Menschen oder man kann das Geld als Erbschaft bekommen. Das heißt, nehmen. Ich nehme es aus eigener Tätigkeit, von der Bank, als Spende. Ich borge es von anderen Menschen oder ich nehme es als Erbschaft an. All das sind Quellen sozusagen, wo man das Geld nehmen kann. Und wohin geben? Und wohin geben? Sicherlich als Erster sind es die sogenannten Lebensunterhaltungskosten. Das heißt, wir müssen uns eine Wohnung leisten oder ein Haus oder wir müssen uns Nahrungsmittel besorgen. Wir sind keine Farmer mehr, die meisten von uns. Also sind wir angewiesen aufs Geld, damit wir unsere Lebensunterhaltungskosten decken. Damit wir uns Essen holen, Wasser kaufen, Wärme, Strom, alles das ist nicht umsonst. So müssen wir es kaufen. So nehmen wir irgendwo das Geld und geben es für diese Zwecke aus. Dann können wir das Geld nehmen, um es auszugeben für den Hausbau, für den Geschäftsbau. Wir können es auch auf die Bank bringen und die Bank, dass sie uns Zinsen dafür gibt, von dem, was wir hier genommen haben. Wir können es irgendwo investieren. Wir können Projekte damit bewerkstelligen. Wir können das Geld als Spende geben. Wir können es anderen Menschen borgen. Und wir können es natürlich als Erbschaft hinterlassen. Ihr seht also, wir müssen das Geld irgendwo nehmen und es weitergeben. Was ist aber ganz entscheidend in diesem ganzen Prozess? Das ist die Motivation. Für wen wende ich das Geld an? Für wen nehme ich es und für wen gebe ich es? Und wir alle wissen, wenn wir Haushalter sind, dann können wir es nie für uns selbst tun, oder? Wir können also nie arbeiten gehen für uns selbst, weil wir als Haushalter nie etwas besitzen. Wir arbeiten zwar, aber wir arbeiten, um zu nehmen, damit wir geben. Wir verwenden die Geldsachen, damit wir sie, damit wir etwas erreichen. Aber die Frage ist, für wen? Für uns selbst können wir es nicht tun. Wir können es entweder für Gott tun oder für den Mammon, für den Bösen. Deshalb ist die entscheidende Frage, für wen tue ich es. Deshalb hier in Matthäus 6, 33, trachtet am Ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, wir tun alles mit einem Zweck, den wir vorher gesehen haben, nämlich das Reich Gottes zu bauen. Wir wollen, dass die Menschen erfahren die Liebe Gottes. Wir wollen, dass die Menschen erkennen, dass es einen Ausweg gibt aus dieser schlimmen Situation, in der der Mensch drin ist. Und dafür verwenden wir alle Mittel. Und da das Geld sozusagen das Grundmittel ist, verwenden wir das Geld für diesen einen Zweck. Ja, wir müssen diese Kosten hier decken, die Lebensunterhaltung und so weiter. Aber wir tun es nicht für uns. Wir tun es nicht, damit wir in Luxus leben, sondern wir tun es, damit wir in der Lage sind, das Reich Gottes zu bauen. So die Motivation ist der entscheidende Faktor im Umgang mit Geld. Dennoch lasst uns ein paar Sachen anschauen, was die Menschen versucht, Schulden zu machen. Schulden, nämlich macht man, wenn man in eine Not kommt. Man hat keine Lösung. Man ist in der Not und man macht Schulden. Welche Not das auch immer ist, da kommt eine Situation auf uns zu und wir müssen etwas tun. Und da mag es sein, dass wir irgendwo hingehen müssen, um etwas zu holen. Als ich fertig war mit meiner Facharztausbildung und jetzt in der Wahl war, was soll ich tun, ins Krankenhaus weitergehen oder in die Praxis. Und Gott mir deutlich machte, dass es eine Praxis sein soll, dann hatte ich kein Geld, um eine Praxis zu kaufen. Und jetzt finde ich eine Praxis und sie kostet Geld und ich muss, damit ich die Praxis kaufe, damit ich in der Praxis arbeiten kann, muss ich irgendwo Geld herholen. Und so war ich froh, dass die Bank Geld hat und Geld gibt, damit ich aus dieser Not herauskomme, damit ich das Geschäft aufbauen kann, woran ich dann wieder das Ganze zurückbezahlen kann. Die Not kann vielerlei Augen haben oder vielerlei Situationen sein. Es gibt aber auch eine Versuchung zum Schuldenmachen von der Lust, den Bedürfnissen über das übliche Maß hinaus nachzugehen. Das heißt, wir alle lieben und sind gemacht für Eden, nicht für diese Welt. Deshalb überall dort, wo es Luxus gibt, dort sind wir angezogen. Wir haben gesehen, wir sind nicht gemacht für das Übliche, sondern für das Erhabene. Und so sind wir geneigt, wenn wir in eine Situation kommen und wir haben nicht genug Geld, aber es ist nun mal dieses Auto, das ich will. Ich will nicht dieses kleine Auto, mit dem ich auch fahren kann, sondern es ist dieses andere Auto. Und ich muss wieder sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, als ich die Praxis ein paar Jahre hatte und die Finanzen waren nicht gut und Gott hatte mir einen Golf gegeben, einen Zweier-Golf. Im Jahr 2007 hatte ich einen Zweier-Golf und er war an sich tipptopp. Ich habe ihn für 300 Euro gekriegt, aber ich sagte, soll ich mit einem Zweier-Golf zu meinem Patienten auf Hausbesuch gehen? Wie sieht das aus? Und ich konnte mir damals nicht vorstellen, mit einem, so einem Auto Hausbesuche zu machen. Weil, wie viel gibt man auf einen Doktor, der mit einem Zweier-Golf kommt im Jahr 2007? Und so habe ich mich entschlossen, ich muss ein neues Auto kaufen. Und ich habe gesagt, natürlich, das kann man über die Praxis abschreiben und so weiter. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall habe ich gedacht, naja, genau die soll es nicht sein, ein BMW nicht, obwohl ich mir das auch gewünscht hatte. So nehme ich etwas Demütigeres, aber auch in derselben Klasse. Und das war dann ein Subaru, der kostete genauso viel wie diese anderen Sachen. Und dann habe ich den finanziert. Hat den Herrn viel Geld gekostet, nur weil ich in meiner Lust den Bedürfnissen über das übliche Maß hinausging. Ich habe viel gelernt. Ich brauche kein teures Auto mehr. Ich brauche nur noch eins, was funktioniert. Und als jetzt nach über zehn Jahren das Auto kaputt ging und es nicht mehr so funktioniert und ich mir nicht mehr reparieren konnte und niemand es mir reparieren wollte, musste ich mir ein neues kaufen. Aber ich habe kein neues mehr gekauft. Ich habe das gekauft, was gebraucht ist und dennoch den Anforderungen erfolgt. Das, was Gott mir gegeben hat, habe ich genommen. Es war aber nicht einmal weniger als ein Viertel des Preises, was ich ja für das andere gekauft habe. So, die Versuchung, Schulden zu machen, kommt aus einer Not, könnte sein, oder aus der Lust, über seine Bedürfnisse hinauszugehen, sich einfach über das Ganze hinwegzusetzen. Und da kommt natürlich auch die Maßlosigkeit dazu, der Realitätsverlust. Es gibt Menschen, die sind ständig in Schulden, die machen sich ständig Schulden. Sie haben die Realität verloren. Man merkt bei ihnen, dass der Verlust der Realität da ist. Es ist eine Sucht geworden, Schuld zu machen. Und sie haben nie gelernt, mit Geld bzw. den Mitteln, die Gott uns zur Verfügung gestellt, umzugehen. So, es muss von klein auf gelernt werden, mit Geld umzugehen. Und wir müssen in der Lage sein, zu wissen, wie können wir uns kontrollieren, dass wir nie in eine Situation kommen, dass wir irgendwo betteln sollen. Wir sind arm aufgewachsen. Aber in meinem Leben habe ich das Borgen, das Laien von anderen Menschen nie als etwas gehabt, was ich dachte, das muss ich tun. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgend von jemandem, vielleicht als Kind, ein Leer oder was damals für eine Währung, wir hatten in Rumänien, geborgt habe, aber nicht in dem Sinne, irgendwo zu gehen und Geld zu borgen von irgendeinem Menschen. Ja, in der Familie, da hilft man sich gegenseitig, aber nicht von anderen Leuten gehen und sich irgendwo Schulden machen. Wann sind jedoch Schulden keine Schulden? Und das habe ich auch erfahren. Und das ist dann, wenn die Mittel ihren Wert nicht verlieren, sondern eher an Wert gewinnen. Das heißt, es gibt Menschen, die davor warnen, jede Art von Schulden zu machen. In dem Sinne, was hätte ich getan, als ich 2003 umziehen musste und ich musste irgendwo eine Wohnung finden oder ein Haus. Und so hatte uns Gott ein Haus gegeben und der Mann wollte es uns sowohl vermieten, als auch verkaufen. Und so war ich in dieser Situation, was soll ich tun? Und ich habe gedacht, der Mann hat es auf den Markt gegeben zum Verkaufen. Wenn ich ihm jetzt sage, ich miete es, was ja mir gepasst hätte, weil das Haus war mit 300.000 ausgeschrieben. Und ich hatte 25.000. Ich war arbeitslos. Denkt man da, sich ein Haus zu kaufen? Nein, aber ich war in einer völligen Not, weil ich liebte das Haus, ich hätte es gern gemietet. Und dann habe ich gedacht, aber wenn ich sage mieten und morgen kommt jemand und sagt mir, wenn er es kauft, dann ist es weg, weil der Mann wird es verkaufen, der will es nicht vermieten. Und so habe ich Gott gebetet, was soll ich tun? Und ich habe damals Gott gefragt, so wie ich es tue und ich wusste nicht, was ich tun sollte, weil ich hatte ja kein Geld. Und dennoch habe ich gedacht, was soll ich machen? Und so habe ich gebetet, habe gesagt, Herr, was soll ich dem Mann sagen? Soll ich das Haus kaufen oder soll ich es vermieten? Aber du weißt, ich bin in dieser Situation, ich brauche deinen Rat. Und ich hatte keine Antwort. 15 Minuten bevor ich zum Mann gehen sollte, um das zu sagen, ob ich kaufe oder nicht kaufe, hatte ich noch keine Antwort von Gott. Und so gehe ich zu Gott und sage, Herr, ich gehe da nicht hin, wenn du mir nichts sagst. Und dann kommt der Gedanke, dass ich den Text lese, der offen ist in der Bibel, dort, wo meine Bibel offen war, unten rechts. Und dieser Gedanke, dieser Text sagt so, Jeremia 32, 15. Denn so spricht der Herzhebaut, der Gott Israels, noch soll man Häuser, Äcker und Weinberge kaufen in diesem Lande. Nun, als ich diesen Text gelesen habe, dann wurde mir klar, dass Gott mich auffordert, das Haus zu kaufen. Ich weiß, wir Menschen sind Zweifler und ich bin einer der großen Zweifler. Und ich habe in meinem Leben einmal gezweifelt, als ich Gott gefragt habe, was soll ich tun. Und Gott hat mir deutlich in seinem Wort geantwortet. Ich habe aber das Ganze angezweifelt. Und jetzt siehe da, ich bitte Gott, ich bekomme den Gedanken und jetzt steht hier, man soll noch Häuser kaufen, so spricht der Herr. Und die Situation auch des Jeremia war ähnlich wie meine. Der Jeremia sagt, Jerusalem geht zugrunde und Gott schickt ihn, er soll einen Lacker kaufen. Und Jeremia sagt, ich verstehe dich nicht, Herr. Aber Jeremia ist gegangen und hat es gekauft. Und danach fragt er ihn und sagt, erklär mir es. Unsere Familie war damals am Zerbrechen und mir schickt Gott und sagt, geh und kauf das Haus. Und was habe ich getan? Als ich den Text gelesen habe, habe ich gesagt, diesmal will ich nicht zweifeln. Ich habe meiner Frau den Text gezeigt und wir sind hingegangen und haben dem Mann gesagt, wir kaufen das Haus. Und das Haus hat der Mann uns verkauft. Ohne Garantie. Ich war arbeitslos. Ich habe ihm eine Anzahlung gezahlt und wir durften ins Haus gehen. Ich habe ihm 50.000 Euro Anzahlung gezahlt. Meine Mutter musste mir helfen von den 25, die ich nicht hatte, damit ich diese Anzahlung machen kann innerhalb von vier Wochen. Und dann sind wir ins Haus eingezogen. Ohne, dass ich einen Kredit hatte für die restlichen 240.000, weil er war von 300.000 auf 290.000 runtergegangen für das Haus. Euro gesprochen. Und ich wohnte im Haus. Und erst dann, wo ich dann eine Arbeit angefangen habe, konnte ich zur Bank gehen und einen Kredit aufnehmen. Wieso schickt mich Gott hier ein Haus zu kaufen, wenn er genau weiß, ich habe kein Geld? Ich habe natürlich gedacht, wenn ich eine Praxis habe oder wenn ich Arbeit habe, dann zahle ich das schnell ab. Gott schickt mich ein Haus zu kaufen, wofür ich kein Geld habe. Er schickt mich später, noch bevor ich den Kredit genehmigt hatte, für das Haus, die 240.000. Dass ich eine Praxis kaufe für 65.000. Das war nur der Preis des Übernahmes des Geschäfts. Die Praxis selbst hat mich viel mehr gekostet. Ich musste nämlich alles neu machen. Alle Geräte neu gekauft werden. Die Praxis war 33 Jahre alt. Wieso schickt einen Gott, das zu machen? Es scheint doch so, wie wenn es Schulden machen ist. Wie wenn es gegen das Prinzip ist, keine Schulden zu machen. Nun, ich war Gott immer gehorsam. Nach meiner Bekehrung habe ich gesagt, ich will Gott gehorsam sein. Ich war ihm leider nicht immer gehorsam, aber ich wäre froh. Ich wäre immer gehorsam und dieser Versprecher wäre kein Versprecher gewesen. Ich habe aber das, was ich verstanden habe, getan. Ich habe das Haus getauft und ich habe dann auch die Praxis gekauft, als mir Gott deutlich gemacht hat, dass ich sie kaufen soll. Er hat zu mir es in seinem Wort deutlich gemacht und so bin ich gegangen und befand mich plötzlich mit allem drum und dran, mit über 400.000 Euro Schulden. Waren das Schulden oder waren es keine Schulden? Das ist die Frage. Und ich habe gelernt über die Jahre, ich wäre heute nicht der, der ich wäre, hätte ich damals keine Schulden gemacht. Ich wäre heute nicht an diesem Punkt, hätte ich damals nicht gehorcht. Hätte ich nach einem engstirnigen Denkweise gesagt, keine Schulden oder keine Weise, dann wäre ich immer in diesem Limit geblieben. Gott hätte mir nie geholfen, über die Sachen hinauszukommen. Aber Gott wusste, wenn man ein Haus kauft, macht man keine Schulden, weil das Haus ist ja ein Wert und es gewinnt eher ein Wert, wie dass es verliert über die Jahre. Und man kann es ja wann immer wieder abgeben. Wenn die Bank kommt und es mir wieder nimmt, dann sage ich, wunderbar, habe nichts gehabt und nichts verloren. Die Praxis des Geschäftsaufbaus hat einen Wert. Der Wert wird eher mehr als weniger. Da ist kein Schulden machen in dem Sinne, dass man sich Geld borgt. Und das will ich deutlich machen für ein Auto zum Beispiel. Ein Auto verliert einen Wert. Es sei denn, es ist ein Oldtimer, was auch immer. Aber wer hat dann Interesse dafür? Aber das sind Dinge, die die Werte haben. Wenn man in die, auch wenn man noch kein Geld hat, dennoch durch die Bank, durch die Hilfe der Bank dahin kommt, das eines Tages zu haben, dann ist das zwar eine Schuld sozusagen und dennoch keine Schuld. Und da ich alles gemacht habe, weil ich es so verstanden habe, dass Gott es mir gesagt hat, bin ich ja nur ein Verwalter. Und auch das hat mir Gott klar gemacht. Die Schulden, die ich gemacht habe in seinem Auftrag, gehören mir nicht. Weil ich tue ja alles nur im Auftrag. Ich bin ja nur ein Verwalter. Und so bin ich Gott sehr dankbar, dass auch wenn ich noch nicht alles bezahlt habe, weder die Praxis ist ganz abbezahlt, noch das Haus nach über 15 Jahren. Dennoch bin ich schuldenfrei, sozusagen. Weil ich kann das Ganze wann immer aufgeben und komme durch die Aufgabe dieser Situation aus jeder Schuld heraus. Weil es sind ja Werte, die dahinter sind. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwo borge und dahinter gibt es keinen Wert. Deshalb, als mir Gott es bewusst machte, viel später, dass ich keine Schulden habe, dann war ich sehr froh. Ich arbeite und ich möchte alles sicherlich bis zum Ende bezahlen. Aber letztendlich wohne ich nicht in meinem Haus, sondern in Gottes Haus. Letztendlich habe ich nicht meine Praxis, sondern ich bin dort nur Angestellter Gottes. Er muss sich um die Mittel kümmern, damit ich sein Haus wieder zahlen kann. Ich arbeite. Ich tue das. Aber wie viel hereinkommt, kann ich nicht steuern. Und ich bin so dankbar, dass Gott das Ganze managt. Weil er hat ja versprochen, trachtet zuerst nach Gottes Reich und alles andere wird der Zufall. Und ich muss sagen, nach 15 Jahren und einer halben Erfahrung mit Gott, nach meiner zweiten Bekehrung und auch davor, aber besonders in dieser Zeit, wo ich immer gefragt habe, hat mich Gott wunderbar geführt. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen, der sehr wichtig ist, das Borgen und Laien von und an Menschen. Es ist nie zu empfehlen, sich zu borgen Dinge. Aber es gibt zwei Dinge, die ich grundsätzlich ansprechen möchte. Nur für akute und kurzfristige Situationen sollte man borgen, jemandem etwas, oder sich etwas borgen. Man sollte nie borgen, Laien für fakultativ, für verschiebbare, für nicht, für optionale Dinge. Ich habe einen großen Fehler gemacht, als ich einem Mann Geld geliehen habe, damit er seine Heirat plant. dieses Unternehmen ist weder akut, noch ist es irgendwo, was man unbedingt machen muss. Und in meinem Überlegen, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich, wie konnte ich so unvernünftig sein? Aber es ist ja gut, dass Gott uns lehrt aus unseren Fehlern. Ich habe ja Gottes Geld letztendlich wieder nicht richtig eingesetzt. Aber Gott ist einverstanden auch manchmal, wenn wir die Fehler machen, wenn wir nur daraus lernen. Er zahlt gern, wenn ich nur langsam langsam die Dinge begreife. Man kann nie jemandem Geld leihen für optionale Verschiebers oder gerade für eine Situation. Hat er kein Geld zu heiraten, er soll er nie heiraten. Aber diese Dinge, da guckt man und dann denkt man mit seinem, ich sage jetzt mal, menschlichen Mitleid und mit seiner menschlichen Art denkt der Mensch, dass er was Gutes tut, wenn er irgendwo grundsatzlos seiner Neigung nachgibt. Und es ist ja noch eine schlechte Neigung, helfen zu wollen, wenn jemand kommt und tut ihm leid. Die Bibel sagt doch auch, Laie, aber doch nicht mit Unvernunft. Deshalb gibt es einen Grundsatz, wir sollten, und nach dem möchte ich mich, nie etwas von einem Menschen borgen oder Laien. Für mich selbst will ich nie borgen, lieber sterbe ich. Zur Bank, ja, für etwas, was die Bank quasi als Mittel nimmt, weil die Bank gibt dir das Geld ja nicht, ohne dass eine Grundlage dahintersteckt. Ohne dass die Bank sicher ist, dass sie das Geld kriegt, falls du es nicht mehr hast, zurückzuzahlen, gibt dir die Bank nichts. sie sichert sich ab, weil sie muss sich ja in etwas, sie muss ja wissen, der Mann kann ja irgendetwas machen oder die Frau und sie kann das nicht mehr zurückgeben. So, ich persönlich möchte für mich selbst und ich tue das auch so, lieber sterbe ich. Ich sage, Herr, gibst du mir nicht das Geld, tue ich nichts mehr. Ich habe so damals, als meine Praxis in großen, schwierigen, finanziellen Verhältnissen waren, habe ich gesagt, Herr, du bist der Eigentümer. Ich bin nur der Arbeiter. Die Sache mit dem Geld ist deine Sache. Ich arbeite, du bezahlst. Wenn du nichts mehr bezahlst, kann ich nichts mehr tun. Und als ich die Praxis so Gottübergabe habe, du bist der Chef, hier, ich kann mich um die Mittel nicht kümmern, ich kann nur für die Arbeit mich kümmern. Für das bin ich da, zum Verwalten. Und so tue ich es mit allen Dingen. Weil wenn ich für Gott da bin, wenn ich in seinem Werk bin, dann wird er sich doch um die Mittel kümmern, hat doch mehr Interesse, dass das Werk vorwärts geht, zu dem er mich berufen hat, wie ich selbst. Und es wäre ja eine Ablenkung vom Fokus, wenn ich jetzt mich versuchen würde zu trachten, wie komme ich zu Geld, dass ich das und das machen soll. Nein, ich trachte zuerst nach Gottes Reich. Die Aufgabe, die mir Gott gegeben hat, die erfülle ich. Der Rest ist nicht meine Sache. Ich möchte nie für das, was ich, sage mal, für mich selbst brauche oder für das Werk des Herrn irgendjemandem etwas bitten oder betteln. Wenn der Herr, der weiß sein Werk, es selbst nicht tut, dann kann ich nichts dafür. Wir müssen nämlich klarstellen, für die Mittel bin ich nicht zuständig. Für die Mittel ist immer Gott zuständig. Deshalb, ich mache sie ja nur nehmen, um zu geben. Ich muss mit ihm darüber sprechen, wie ich sie verwalte. Wo ich nehme, was ich gebe, wohin ich gebe. Das muss ich alles mit ihm besprechen. Aber für das Mittel selbst bin ich nicht verantwortlich. Ich bin nur verantwortlich für mein Tun. Der andere Grundsatz ist, will ich sein, einem anderen zu borgen oder ihm etwas auszuleihen. Aber bitteschön, ich habe eine Lektion gelernt und ich hoffe, wir alle lernen sie. Wir können nicht geben, ohne vorher mit Gott zu sprechen und ohne vorher diese Grundsätze zu wissen. Man gibt für eine akute Situation, wo ein Mensch sich aus der Sache nicht heraushelfen kann. Aber nie, und ich mache dieses nie groß, für etwas, was verschiebbar ist, für etwas, was nicht akut ist. würde Gott uns helfen, das Thema des Umgangs mit Geld, mit dem Geld gut zu verstehen und ein jeder von uns als ein guter Haushalter seines Mittels, seines dessen, was er uns gegeben hat, erfunden wird. Amen.